So, da sind wir beim letzten Match dieser Sessione. The Wario ist dann raus. Hat jetzt zum Glück nur mal mit Eishockey geklappt. Das ist schön. Äh, denke. Nein. Äh. Schön. Wario, kommt so? Ja, schön. Wow. Alter, der kann gut ausspielen. Oh, ja. Oh, ja. Wario, 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 wario. Oh, ja. Oh, ja. Nein! Ach, kacke. Ey, ich krieg auch keine Nitro hier ab. Ja, uh, was. Eine Parade, Alter. Oh, shit. Ach, nee. Ah, das gibt's nicht. Ah, das gibt's nicht. Nein! Das gibt's doch gar nicht. Ups, Alter. Hm. Hm. Äh. Ja. Nein! Was ist denn das für ein Freak, Alter? 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 Oh, der kommt aber beschissen, der kommt beschissen Wo? Hey, ich darf alter Cool So, das war's dann also. Drei Uhr ist auch gleich rausgegangen. Gucken wir nochmal, damit die Folge nicht ganz zu kurz wird. Uns Kisten an, würde ich sagen. 16 haben wir noch. Import. Ja, nehmen wir Import. Kann ich da eigentlich sehen? Was da drin ist? Ne, steht nicht da. Mögliche Inhalte. Aber nicht, was dahinter steckt, okay. Nö, da bleib ich bei mir noch momentan. Oh, ich hätte mir echt, ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, einfach ein Auto, was ich noch nicht habe. Das sieht gar nicht mehr so ungeil aus. Ich weiß nicht mal, ob ich das Auto habe. Und animiert der Aufkleber, der sieht nicht. So, ich glaube, den nehme ich Ruff. Nice. Eine Kiste öffnen wir jetzt noch. Okay, dann war's das für diese Session wieder. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob tatsächlich jetzt noch Folgen kommen werden. Wir werden es sehen, weil Season 3 ist dabei zu Ende. Würde Season 4 anfangen und eventuell haue ich auf diesen Setslots dazwischen noch ein anderes Spiel, ein kurzes. Aber das werden wir sehen. Ähm, weil im Prinzip, ich kann jetzt hier auch alles, nicht alles, aber genug einlösen. Zack. Und dann habe ich jetzt da auch die Saison-Herausforderung abgeschlossen. Habe ich nicht. Ich dachte, ich habe. Ach, das ist wieder was anderes, oder was? Schließ jetzt, wenn sind es jetzt hier auch so... Hä? Oder sind das nicht immer die wöchentlichen Dinger? Das kann auch sein. Gut, haben wir wieder ein paar Kisten hinzugekriegt. Dann war es das erstmal wieder für diese Folge. Ich bedanke mich. Bis dann.